Hallo, ihr genannt Duden! Hier spricht wieder Cordwix und heute mit deinem Let's Play von Minecraft, PvP, ja und nicht allein ist, sondern mit paar anderen, mit paar anderen Leuten, ja, ihr könnt euch jetzt erstmal vorstellen. Stell du dich vor? Okay, wer bist du? Ich bin der kleine Steffen, der dreckiger Juhu, der... Und wer bist du? Ich bin Daniel! Okay, und wir spielen heute hier verschiedene Maps und so. Ja, und, äh, jetzt nicht rammeln! Nicht rammeln! Jetzt, 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 er führt uns erstmal einer hin, wo wir das erste Spiel anfangen. Alle mal hier hinein. Das ist eins, das ist eins. Also, das ist eins gegen eins vorne. Spielschart. Also, äh, wer erklärt euch schnell die Regeln? Spiel eins ist das. Also, Chef, na, du hast jetzt... Okay, dann fangen wir... Okay, nein, ich bin runtergefallen! Die Hände, wir halten zu lassen! Dann, warte, wir schrackten. Du bist voll. Ja, danke toll. Also, erst mal hinein. Und dann beginnt es sofort. Ah, warte, warte. Okay. Dann gehen wir es um schneller zu. Ja! Okay, okay. Okay, ich bin hier, ich finde... Ich mach schnell. Oh, mein Gott. Freunde, das erste Spiel! Was, haltet ihr hier... Oh, ich sei zu beendet! Steffen, komm gleich! Steffen, der Jure! Ok, und los, geh! Nooo! Hahaha! Ei, Leute, das war doch scheiße! Ich war noch nicht mal bei Lust bereit! Nein! Ich und David! Du darfst nicht mehr rein! Oh, schade! Nein! Nein! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Du, wie geil das ist, Alter! Jetzt, hör auf weg, Alter! Alter! Nein! Oh, mein Gott! Habe ich gewonnen? Ja, genau! Ich hab' gewonnen! Yes! Yeah! Woo! Nein! Nein! Ja! Okay, das erste Spiel hab' ich gewonnen! Natürlich Cordwix! Ich bin der Gewinner! Jetzt haben wir einen Schmerz bekommen! Ein Boden! 42, 42, 42, 46! Ah, hat Staub einsam! Wir haben das Problem, wir haben leider eine Einstellung vergessen! Okay! Ah! Also, ich kann jetzt nicht hier in die Tür reingehen, oder? Doch! Du hast ein Türrecht! Du darfst überall jetzt hin! Ah! Und wenn einer tot ist, hat er verloren! Ah! Daniel, warte! Daniel, du darfst doch nicht kloppen! Oh! Okay, jetzt wieder verteilen! Okay, Freunde! Diesmal gewinnen wir auch! Verteilt euch! Verteilt euch einfach! Und man darf, man darf mal den, äh, trinken den? Saft? Ja, man darf, wenn man will! Ah! Okay! 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 Los! Okay! Los geht, Freunde! Okay! Los geht, Freunde! Aber in die Arena geht niemand mehr, wer droht ist! Okay! Verstanden? Ja! Es ist so, nicht so wie gerade! What the fuck? Verfiss dich! Weini! Oh mein Gott, Freunde, das ist so spannend! Als wenn er auch mal Bock hat, könnte er mal in die Kommentare schreiben, könnte bestimmt auch viel mehr mitmachen! Aber... Hm, Daniel, komm doch, Alter! Ja, ich weiß, da ist wahrscheinlich jemand kein Außerhalb landlos, schnell sterben! Ähm, ja, äh, ich kann hier schlafen! Wow, wow, Alter, lass uns! Steffen! Steffen! Oh, Steffen! Verlust! Ah, komm, Freunde! Oh, der erste! Ihr seid, ihr seid so raten, wisst ihr das? Wer ist jetzt schon alles tot? Nein! Nur Daniel! Nur Daniel, okay! Wo seid ihr? Nein! Er schlägt mich! Also, ich kann schon... Das ist scheiße! Das ist mega scheiße, wenn man da direkt rausliegt! Nein! 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 Scheiße, Freunde! Okay, Freunde, ich habe diesmal verloren, bin dritter Platz, Siegerehrung! Äh, ja! Okay, jetzt schauen wir zu, wie die anderen spielen, aber dürfen nicht in die Arena! Warte, wir machen mal hier die Tür zu! Okay, Freunde! Wer gewinnt hier? Wer gewinnt hier? Nein! Hör auf! 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 Okay, wer gewinnt! und wer gewinnt und 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 wir sehen ihr live ok ich hab das gefühl beide mal gewinnt da wäre ich mir nicht sicher ich bin immer nicht so am Ende und das ist kaum zu glauben ok Freunde und nein ich bin zufrieden Arten was Prozent und dem man hier rein von Ok. Ja, der Song ist einfach super geil. Alter, was? Das habt ihr aufgeschaut? Alter! Alter! Der bringt mich noch weg. Aber ich warte. Okay, ich lasse es jetzt. Ja, bitte danke. Komm, wir sind hier im fairen Video. Das gehört ja nicht rein! Alter! Jetzt muss ich ihn wieder weg. Das bringt mich auf. Ach, ich helfe mir nach. Ja, das ist frechlich. Nein, jetzt hör auf! Okay, auf Daniel. Komm, wieder raus, Daniel. Komm. Bin ja unterwegs. Auf. Dann wolltest du dir noch Kinder? Komm, wir machen schon mal eine andere Map. Nein, nein, nein. Warte, wir machen... Okay, wer verliert hier, Freunde? Schreibt sie die Kommentare an. Steffen, ja, Julia oder Weidemar. Weidemar. Schreibt's. Da du gerade aufnimmst, wenn ich sagen kannst du dir mal einfach reingehen und jetzt mal reinhören. Ja, du darfst anschauen, aber ohne Rüstungen bitte. Darf ich auch gucken? Ja, aber ohne Sachen los. Oh, mein Gott, ey. Ich helfe mir vorne im Raum, da komme ich noch auf kranke Ideen. Und Weidemar hat verloren. Steffen hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Also... Der Heft für Weihnachtsmann hat doch noch gewonnen. Wer hätte das gedacht? Der Weihnachtsmann, der steht noch mal zur Freude. Der Weihnachtsmann schlägt zu. Der Weihnachtsmann taucht erst mal Lava ein. Nein, 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 nein. Doch, da ist er da. Oh, da ist er verbrannt. Ja, okay, das nächste Spiel. Bitte vermeide es nicht. Spiel 3. Aber... Da ist doch nicht raus. Vorsicht, Achtung, Löcher und die gleichen Wege wie bei der Feueringmap, wenn ich los sage, dürft ihr los schlagen. Die ist ziemlich gut für Bogen, wird sie geeignet oder für Rutscher. Ein guter Bogenschützer. Okay, und? Hey! Los. Oh. Waldi, du blöde Sau. Alter, was machst du denn grad für den Heck irgendwie? Kein Weg. Ah, Freunde! Nein! Nein, Freunde, ich werde sterben. Das ist mir zu blöd hier, Waldi. Wir haben uns mit zu blöd. Ah, schnell weg, her. Das macht weh, saug hier. Waldi rum. Der Stellar schmeckt in Ruhe. Also, die Welt ist eigentlich ziemlich alt. Und, sorry, weil das ist früher die alte Baugrenze gewesen, vor dem Updates. Deshalb könnte die noch ein bisschen schlecht sein. Weil die haben jeweils nicht wirklich geupdatet. Die haben nur neue Arenas gebaut. Und die sind halt auf den neueren Stand. Heifix, jetzt ist es mir zu blöd. Ja, das ist Standardraum. Das ist extra für den Schiffen, die auf den Baugrenzeichen. Und dafür, äh, nehmt's gerne zu schießen. So wie ich. So, waaah, jetzt komm ich hoch. Ich kann dich holen. Ah! Oh my god! 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 Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hey man konnte gar nicht hoch. Oh! Oh my god! 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 Scheiße, Freunde! Wir haben schon wieder verloren! Ja Daniel, wir sind mal der erste, David. Du wurdest dieser dritter. Respekt. 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 Spiel 3! Startet! Hey! Hey! Ich hab's nie laufend mit der ersten Leute. Ja, find's doch bei L.D. Nimm da direkt wieder hier die beste Festung ein, äh. Ein. Bei. Ein. Ein. Go. Ah, das gibt's doch nicht! Das ist scheiße für meine Zuschauer! Oh my god! Oh my god! Oh my god!